Was will er denn diese Zeit? Ich will herausfinden. Es ist durch Norden. Ein Gebiet, wo wir noch so gut wie gar nichts gemacht haben. Eins von Zweien. Das auch noch hier. Das Gebiet hier und das hier. Wie auch immer man das ausspricht. Die Chalkis. Wie gesagt, Lager und so weiter machen wir dann im Let's Play. Und so Sammelaktionen, Vogelscheuchen und so. Also die mache ich dann einfach mal zwischen den Aufnahmen. Da gibt es ja dann auch die ganzen Teile für die Schrott-Crew und so. Moment. War da ein Schniper? Nee. Einfach nur sowas. Okay. Die Top-Docs, die sind nicht ohne. Das wird ein bisschen lustig. Der ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Oder? Nee. Da hinten ist... Hä? Schleifen der Kontakt. What? Was habe ich hier gemacht? Ja, ähm... Ich weiß genau, was ich hier tue. Die Vogelscheuche können wir ja mitnehmen. Schadet ja nicht. Oh. Das war so nicht geplant, aber... Schadet ja nicht. Schön. Ach ja. Sag mal, Hacham, ist alles gut bei dir? Ist vielleicht doch das Lager da? Ja. Ein Schniper? Noch ein Schniper, den ich irgendwie nicht sehe. So viele... Au! Wenn ich wüsste... Au! Oh! Keine Ahnung. Müssen wir weiter ran fahren. Aha! Ich sehe es. Ich sehe es. Ja, ja. Oh, kleiner Drecksack. Huh! So viel Munition verschwendet gerade. Die Sniper, die müssen wir von außen ausschalten. Und diese Dinger hier. What? Dann halt so. Okay. Ja, so geht's auch. Im Moment sehe ich keinen Sniper mehr. Das muss aber nichts heißen. Oh Gott. Okay, ich dachte wir können hier runter fallen, aber... Gott sei Dank nicht. So. Das hätten wir... Ich hätte echt gedacht, dass da... Was ist das denn? Das soll was sein? Das soll was sein? War Cryer, okay. Wenn hier dann auch noch mehr... Sniper unterwegs sind, habe ich echt ein Problem. Ich würde gerne den War Cryer erledigen. Aber das ist wohl Wunschdenken. Ich wüsste gerne, wie ich da reinkomme. Ja. Das hätten wir auch erledigt. Ja gut. Zum War Cryer komme ich nicht. Leider. Ich komme auch so nicht hoch genug irgendwo hin. Dass ich den ausschalten kann, oder? Ne. Wahrscheinlich nicht. Gute Sache. Das war echt gut. Ach Quatsch. Komm. Da fahren wir noch hin. Da brauche ich ja nicht so weit weg stehen. Das kannst du gleich machen, mein Guter. Gleich wieder da. Also... Du bist gleich wieder... So. Na, dann gucken wir mal. Keine Informationen erhalten. Hätte ich? Wahrscheinlich von dem, ne? Ja komm, was soll's. Wer macht denn hier sowas? Du vielleicht? Oh, fuck it. Komm. Du bist wütend. Mach. Das gibt's doch nicht. Da kommen immer mehr. Das gibt's doch nicht. Wut-tötung. Oh, du Drecksack. Au. Au. Ich hab doch noch Y gedrückt. Hallo? Puh. Wunderhört sowas. Jetzt schon das Wasser verschwenden. Verdammte Axt. Ah, Moment. Das muss erstmal reichen. Vielleicht finden wir hier irgendwo was zu essen oder zu trinken auch. Das muss erstmal so reichen. Bevor wir das Wasser jetzt verschwenden. Ich will mich nicht nicht heilen. Also das... Keine Sorge. Ganz so verrückt bin ich ja dann doch nicht. Leider nur Schrott. Den wir nicht sammeln können. Eins von neun. Boah. 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 Yay. Sehr gut. Kommt nur drauf an wie viel Wasser wir da rauskriegen. Ja. Immerhin voll. Okay. Jetzt, äh... Das lasse ich jetzt. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo was zu essen. Da liegt ein Messer. Das können wir auch gebrauchen. Was war das? Oh. Was war das? Kuckuck. Was? Der steht noch? Und Wut-Tötung. Ja. Schön. Wut-Tötung. Achja. So ist nett. Das gefällt mir. Das... So. Gibt's ja auch Insignien? Natürlich. Vier Stück auch noch. Die ich wieder nicht sehe. Äh... Ist ja nichts Neues. Naja. Zumindest eine. Immerhin. So. Ne. Messer haben wir voll. Okay. Schön. Wo geht's denn hier weiter? Da. Da war nichts, ne? Ne. Oder kommen wir da rein? Kommen wir da dahinter? Ne. Schade. Oh, ich weiß noch, wie ich mich bei dem einen Lager kaputt gesucht hab. Ich hab noch eine Insignie gefunden. Da hinten. Äh... Kaputt gesucht hab. Ähm... Und dann musste man so einen Container öffnen. Und ich hab das einfach nicht gefunden. Das... Also das war... Oh, war das nervig. Und ich hab mich zugegebenermaßen auch ziemlich dumm angestellt, aber... Weil das hätte man auch sehen können, wenn man gewollt hätte. Aber... Es war schon... War schon gemein. Ah, 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 ah. Aha. Aha. Jetzt hätte ich die Munition aufsammeln sollen. Naja. Egal. Egal. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es am Ende egal sein kann. So. Die dritte haben wir auch schon gefunden, Insignia. Fehlt noch eine. Die wir finden müssen. Gut, die andere müssen wir jetzt auch wieder finden. Da hinten ist die irgendwo. Frag mich nicht. Da hinten irgendwo. Ähm... Müssen sie ja noch zerstören. Was vielleicht nicht so einfach wird. Und... Da muss man irgendwie sehen, dass man da hinten hinkommt. Da ist sie. Da. Wie kommt man da hin? Auf der Seite? Nee. Ah, mit der... Nee, erstmal muss man... Hä? Mit der Seilrutsche runter. Alles klar. Und da ist dann wahrscheinlich der... Toc Toc. Irgendwo. Das wird ein bisschen unlustig. No. Tja, Pech. Och, jetzt. Ist ja unglaublich. Na gut. Gut, dass hier noch eins rumlag. Nehmen wir das direkt mit. Nochmal ausschauen nach den Insignien... Oh, Gott sei Dank. Insignien halten. Da sehe ich tatsächlich nur eine. Was nichts heißen muss. Ob ich was sehe oder nicht. Puh, ne? Och, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also Wasser sei Dank. Wasser Gott sei Dank. Bäh. Bäh. Aha, hier. Seht ihr? Aber so wird's wenigstens jetzt angezeigt. Das wurde dann, glaube ich, nicht angezeigt. Naja. Ah, sehr schön. So, noch ein bisschen Schrott. Wie viel gibt's denn hier? Einen Reddick gibt's auch noch. Okay. Und zweimal Schrott noch. Wahrscheinlich bei dem Boss dann. Bei dem Toc Toc. Bin mal gespannt, was der so alles auf Lager hat. Was? Sehr schön. Das haben wir ein bisschen gebraucht. So, wie komme ich da jetzt rüber? Vielleicht hier hoch und dann rüber? Mal gucken. Oder ist der Boss hier oben? Yo. Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Ow! Das nimmt dem so gut wie gar nichts weg. Scheiß Waffe kaputt gegangen. Shit. Messerbestrafer wär gut gewesen. Ich wollte nicht aufhören. Oh, ich wollte die Waffe grad nehmen. Die da rumliegt. Gut. Sehr schön. Gut. Komm. Ah, ah. Fuck. Knapp. Sehr schön. Okay, das war wirklich sehr einfach. Hätte ich nicht gedacht. Gut, den Rest müssen wir jetzt noch suchen. Schön. Lackierung freigeschaltet. Lackierung. Gucken wir doch mal. Die Werkstatt. Äh, was ist jetzt neu? Ruhstahl. Was ist das? Das hatten wir auf jeden Fall. Muss es ja das sein, ne? Ne, ganz ehrlich. Nö. So, Nummer 1. Ich glaube, das ist nur die eine Seite, ne? Ja. Und Nummer 2. Gut. Ist sonst nichts mehr, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wie sie da irgendwie rüberkommen. Da sehe ich noch Schrott. Wie blind war ich denn eben? Naja. Das ist gut. Wie komme ich da rüber? Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Aber irgendwie muss man da ja zuerst mal hinkommen. Komm ich? Von außen vielleicht? Ist das... Ne, da hängt glaube ich eine Leiter, aber die zeigt nicht bis ganz unten. Was soll irgendwie da hinkommen? Also da sind jeweils Zäune. Vielleicht dann doch von da. Bin mir gerade doch ein bisschen unsicher. Aber da ist... Da ist eine Seilrutsche. Wahrscheinlich damit. Die hatte ich ja vorhin schon gesehen, ne? Vor dem Kampf. Dann gucken wir da mal. Gucken wir da auch ran. Ja. Schön. Wups. Schöne Sache. Ja, das war... Das war... Unglaublich toll. Ich hab's noch so gedacht, so... Oh nee, das wird doch nix. Aber... Naja. Ist schön. So, davon haben wir auch alles. Fehlt noch das Relikt, ne? Vielleicht auf der anderen Seite. Muss ja auch einen Grund haben, dass man da hinkommt. Ja. Schön. Ne. Da. Ne. Hä? Doch kein Relikt hier. Ja, was soll das denn? Ja, das ist ja Quatsch. Oh, okay. Wir müssen noch mal genauer gucken. Drüben. Da hinten. Aber das ist jetzt... Das ist ärgerlich. Weil die Relikte sind so unscheinbar. Na ja, gut. Hier ist ne Waffe. Ach, da hätten wir auch noch ne... Dings runterlassen können. Leider. Lass ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Na ja, wir gucken erst mal hier unten genauer. Kein Relikt. Ne. Da dann auch nicht. Ob man da nicht reinkommt. Okay. Hier auch nicht. Hier irgendwo? Nö. Am Anfang guck ich gleich noch mal, aber... Ich vermute mal, das ist weiter drinnen. Irgendwo. Hier bin ich dann einfach vorbeigerannt an der Leiter. Okay. Naja. Nicht schlimm. So, hier. Sieht's nicht... Doch. Da ist es schon. Schön. Haben wir's. Drehen. Schatz, das ganze Stromnetz ist tot. Ich schicke dir diesen Brief in der Hoffnung, dass irgendwas noch funktioniert. Letzte Nacht ist Folgendes vor unserem Haus passiert. Einige Kinder haben ein Polizeiauto angezündet. Die Leute haben geschossen, Steine geworfen und so weiter. Du musst in der Hütte bleiben. Ich komme am Sonntag hoch. Hier ist es nicht sicher. Tja. So, geschafft. Schön, schön.